Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde. Die drei Mainzelmenschen aus dem tiefen Wald und einer davon scheint eine kleine Fee zu sein, eine kleine Ballerina. Warte mal, ich höre hier draußen jemand rumschreien, Leute. Servus erst mal und ich muss erst mal jemand verkloppen. Abend. Abend. Servus. Mann, das ist aber... Hände dran, wenn die hier rumheulen, wie die Schlosshunde. So, ich guck mal, ob ich die gleich wieder aktiv... Aktiv? Aktiv? Nee. Aktiv? Nö. Kann ich nicht. Warte mal, hier hinten heult auch irgendjemand. Ah, hier. Tja. Wärst in deiner Höhle geblieben, du Eule würdest dir nicht abhängen. Ja, so ist das. Kann ich das hier? Nö, auch nicht. Also es dauert wahrscheinlich erst mal ein Stück, bis man die reaktivieren kann. Re-aktivieren, verstehst du? Re. Hirsch, Hirsch aktivieren. Wer ist denn jetzt schon dieser Nein gelaufen? Oh, hier hängt auch einer drinnen, die ganzen Fallen sind ausgelöst. Oh Quatsch. Da lebt noch einer. Der Sporn, das ist auch noch ein Schokoriegel. Was ist schon wieder? Nee, ich habe gerade einer wieder aufgebaut. Was ist denn jetzt schon wieder? Na, die war zugeschnappt. Nein, die war auf. Die habe ich gerade erst gemacht. Du bist dann eingepatscht. Jetzt ist sie zu bei mir. Nein, was machst denn du? Ich habe hier das Seil gemacht, Mann. Achso, ich habe das andere immer gemacht. Ey, bring mich doch nicht durch den Laden doch. Nein, die ist zu bei mir. Die ist nicht aktiviert hier. Welche? Die? Ja, die ist zu. Ne, die ist offen. So ist sie bei mir offen. Ne, die ist immer noch offen. Jetzt haut es hin. Ne. Jetzt ist offen. Da steht Totenschädel da. Ich habe keinen Dunst, ich blicke hier. Der Totenschädel steht doch immer da. Das ist doch nur das Zeichen für die Falle. Jetzt ist sie wieder aufgegangen. Jetzt. Nein. Jetzt ist es oben. Jetzt ist es unten. Nein, wir haben noch einen Effigy. Guck mal, das können wir noch anzünden hier. Das ist doch schön durch die Falle gelaufen. Gelaufen, das heißt laufen. Gelaufen. Das steht drüben. Ja, steht. Das steht bei euch. Äh. Der hier steht einer noch, ja. Also vorm vor. Am vor. Am vor. Am vor. Mal. Ach so, ok. Dann habe ich hier hinten keinen. So, ich habe hier eine Bombe gebaut. Möschte zurück latschen. Latschen. Ich... Mann, wieso kann man die nicht gleich wieder aktivieren? Das nervt. Nerft. Nerft. Netherf. Nerf. Ja ne Bombe, können wir auch noch mit hinsetzen, haben wir noch Molle? Ich hab grad hier schon hinten gebaut. Da wo der innen vorne reingelaufen ist, wo wir noch nen Cut drinne hatten. Ein Wegelchen mitnehmen können, ei ei ei. Kann ja jeder. Hier liegt einer auf Holz. So, ich muss mir mal nen Sticky klauen von hier drinnen. Ich hab wieder eine ganze Fure Stickies mitgenommen, ich mach den drinnen wieder voll. Alter, alles verbummt, alles vermint. Ja, so muss er sein, die der. Feuerzeug können wir ausmachen und dann, würd ich sagen, gehts da hinten weiter mit Holz. Kann ich die jetzt wieder, kann ich den nicht wieder zurücksetzen, okay, weiter gehts. Oh, mal ein bisschen was schaffe hier, wa? Da steht einer. Ja, ist der noch. Hier steht einer. Vorne von mir noch gewesen, weil ich da doch den vollen hingefahren hab und hab das Zeug hochgetragen. Manchmal häng ich an der Brücke, richtig blöd. Christian, nicht abhängen. Oh, da unten seh ich 3 am Strand. Naja, lass doch abstrahlen. Äh, 5. Jetzt natürlich die Frage, ob die das mitkriegen, wenn ich den Baum hier wegholz. Wisst ihr, wo hast du den Lockshelter, äh, äh, Dingsrums, hin? Lockshelter. Ja, na, Selter, Collector. Wo bist du denn? Hier, hier oben hab ich einen. Ah, da, okay. Kannst du auch mitnehmen. Warte mal. Dann nehm ich, dann nehm ich grad den anderen, der auf der anderen Seite steht von dir. Toll. Aber mitten durch die Falle gedappt. Total ausgeblendet. Was ist denn nur, wo denn? Oh, hau ab. Arschloch, bist du manchmal ganz dicht, oder was? Oh, pisse dich. Also, ich hoffe echt, dass die da uns da unten, äh, also die an dem Strand sind, nicht mitbekommen. Oh, da kommen zwei. Oh, Alter, du Pisser. Hau dir mir einer auf den Rucksack. Da ist man ja ganz dicht. Wie doch so ein Schick. Shit, wo muss ich hin? Scheiße. Ach jo. Was hauen sich alle zwei? Oh, was ist denn mit dir nicht noch dumm? Ich bin im Barser drin, du Affe. Ja, bochtest euch doch mal gegenseitig weg, jetzt. Oh, ich bin im Barser. Ich bin im Barser. Ich bin im Barser. Oh. Oh, Christian, komm du noch hin. hinterher ich bin schon wieder tot das ist doch unnormal alter echt ich kriegs kotzen richtig tut ja der ist erreicht 31 weltklasse ich lieg auch tot da tatsache hilfe nee du bist tot ich kann dich ja nicht wieder beleben oder mich schon alter was jetzt kommt da noch einer von oben ich bring mich mal schnell in sicherheit da geht mir der feuer auf den zünder u alter schwede was ist mit den typen los ich hab keine ahnung der totenkopf ist schon ein drittel voll ja bei mir war es gleich weg alter ey das ich krieg die kotze hier echt ja finde deine leiche ja ist mir schon klar man über die hälfte der rückenkopf will ja keinen druck machen so warte wieso geht das bei dir so langsam oder bei mir so schnell das ist doch unnormal scheiße jetzt habe ich mich verletzt ach kack doch die wand an ich komm jetzt halt durch ja ich bin da warte ich bin da ich bin da oh es steht hier auch noch ein typ alter oh ich hab alles wieder zum glück ey mein glück dass das flugzeug nicht so weit weg ist hier steht noch einer dahinten ist noch oh dahinten kommt schon wieder so einer alter was machst du da stand noch einer hier da steht gar nichts alter mensch wenn bei mir einer stand und den habe ich sogar getroffen hier steht sogar noch einer hm hm ja das hatte ich aber auch manchmal aber der bewegt sich nicht oder doch der bewegt sich wir treffen sogar und da kommt sogar blut ich seh nix so jetzt ist er wieder despawned naja denkst du ich erzähle euch auch ne bullshit ja ist klar schlag hier auf lorche was ist los scheiß auf die lorche ne 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 so was penetrantes von diesen fieschern also ist doch unnormal ja doch schon wieder was ok also ich war jetzt mal hier hinten weiter könnte ich mich da und nachts aufrechnen über die sekunden da und nachts ja ja hier rennt schon wieder irgendwas rum ich hörs schon da unten 1,2,3 ihr könnt jetzt ja nicht hier hoch ihr verpisst euch die laufen linkerhand weg ah ja ich sehs die kommen hier hoch kommen die nicht hinterher guck mal da wo du jetzt bist hier geh ich immer so runter dann können wir hier das holz hoch holen weißt du wie ja kann man da jetzt eigentlich mit dem wegelchen hinfahren nein also bis jetzt nützt das wegelchen hier noch nichts aber ich kanns wenigstens in die nähe hinfahren ja das kannst du machen hier war schon wieder so ne tussi die hat hier stell dich mal einen vollen wagen hier her oh alter du bist doch normal wir haben mal neuf jetzt hier du hörst nur den hintergrund das war so ein laternen typi da war so ein laternen typi das waren früher eigentlich mit die schlimmsten alter was denn jetzt komm ich hier nicht ach doch jetzt ja ich hab von oma ganz kurz das problem gehabt wollte ich doch nicht so wir müssen dann nur aufpassen gell ähm derjenige der den turm fertig stellt darf nicht inne drinnen stehen ja ja ach ausdauer schon wieder unten kann man schnell so ein pflänzchen nehmen 60 stickies das ist schon ein bissel hart oh ich muss schon wieder was assen so riecheln eingeknöbelt ist doch jemand hier leer was soll denn das aua voll vor den kopf gehauen was ist denn nur geht doch mal jetzt da rauf ähm ähm alter geil wo kommt das ganze hölz her ja christian 14 also an der stelle hier das springt auch mal nicht richtig hoch ne ja ja das ist ganz komisch da rutscht er vor allen Dingen irgendwie so ganz komisch mal ab oder so ja ja fuck runtergefallen warum springt denn der dann nicht immer richtig oh voll die leertasten vergewaltigung ne das sieht aus hoch runter hoch runter alter wir haben die hälfte ja ja schreie noch rum du eule alter jetzt nimm das holz mit haus ich hinder dir ich bin nur voll wieder in diese kuhle reingeschlogen weil er manchmal nicht will manchmal will er manchmal will er nicht dann denkst du immer du fällst durch die welt durch ja ja so wie bei dem wasserfall bei dir das eh nochmal ah hör mir ja auf damit das war ne folge die geht mir aber voll auf den zünder jetzt wo ist denn die ach die steht hier wieder runtergefallen das gibt's ja gar nicht ja 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 warte christian nicht meckern warte ich nimm den einen der da drin ist schnell raus warte 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 ja das laufen ist eben halt das dauert eben halt echt ein bissel hier sich das hoch runter ja jetzt könnte es ein bisschen dauern mit der nächsten fuhr ich muss das wieder ein bisschen hacken ja das ist nicht schlimm wir können ja unten selber unterhaken mann 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 ey hanny da ist ja wieder ein projekt gestartet worum ich ich will das runde ding haben ach wo man hier unten steht einer zwei drei ich sollte ja 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 den entzündet mal an ach äh was ist das keine Zeit ich seh es mich wundert dass das Spinnenpiech nicht mehr hier rumrennt ach alter sei ja ruhig au ihr brennt an ich bin tot Alter ich hab ich bin ähm ein Baum ist auf mich gefallen bist du tot? jetzt muss mich jemand mal retten ich komm warte 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 lenk du die ab da drüben ich geh rüber alles klar reine oder alter hatte ich nen Baum außer Gefecht gesetzt ja ich will den Baum und will schon zum nächsten um den runter schlagen und so war es vor bei mir geht auch nicht drauf und mir ist das in Wirklichkeit passiert geht der ist tot ja mir ist das auch von passiert wo ich bloß auf den anderen geguckt hab und tritt mich um und krieg den Baum selber aufguck das ist ganz schön gefährlich ey ich hab gar keine Dings mehr ey ähm Medizin das ist nichts Problem die geht schnell ich kann dir wieder ganz viel machen ich hab Beere am Mittag genug und Mariengold oder wie das Columbo heißt Mariengold ja ja 33 brauchen wir noch 31 würd ich sagen ich baue mir jetzt noch ein paar Dinger zusammen ähm das geht ja noch wir müssen ja dann noch ähm die Brücke ziehen ach halt deine Klappe naja wir müssen ja auch irgendwie hochkommen ach da unten rennt schon wieder hin rum Alter wisst du also also ich hab 30 ich hab hier jetzt grad also es waren noch 2 Loks drinne ich nehm 2 Loks raus und die sind immer noch drinne Alter ist das ein Bug ist ähm das wäre ja jetzt mega geil ich hab also ähm mit Medizin soll es nicht hapern ich seh auch immer noch 2 ich seh auch immer noch 2 drinne Scheiße sind raus ne ist leer also Medizin kann ich genug machen ich kann noch über 30 machen deswegen musst du aber öfters mal die Gärten abfahren bei uns ja hab ich schon ein paar mal gemacht nur in letzter Zeit hab ich auch verdammt viel Medizin gebraucht ne ist ja nicht schlimm äh in deine Richtung kommt eine gelauften jetzt schlägt's in eine andere Richtung ein ok er muss grad eben aufhören auf dem Holz äh auf Holz einzuhacken sondern muss ja dann so einen Typen wegnehmen lassen ja 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 wir machen jetzt sowieso mit wie viel brauchen wir noch 29 lag hier nicht grad irgendwo noch einer ich hab keine Ahnung ja ey willst du mich verhaschen? warum? ich hab da 8 reingelegt und jetzt sind nur noch 2 drin äh ach echt? im Vorbeilauf runter geschnappt so läuft der Hase aha ich hab mich grad verlaufen ob ich noch mal Holz kann ja da wo keine Bäume mehr sind ah da vorne aber ich hab fast keine Energie mehr ey was mit dem Baum ich hab's ja sagen vollum ich will hoffen dass die noch anderes Zeug mit rein patchen dass das mit dem Holz irgendwie holen bisschen noch einfacher wird was denn? Sattelzug? naja ich weiss nicht wenn du die ins Wasser haust irgendwie oder ein kleines Conny ein Zugpferd ja vorne 4 Rehe ran geschnallt und dann gezogen oder so na? alter das will ich sehen oder Wildschweine oder wildies genau boah alter 21 Stück noch wer weiß wie lang die Brücke wird? ähm ja was ist denn was während? der Wagen ist immer noch nicht leer ja ähm kommt schon wieder so ne alte da drüben angepatscht die kommt zu dir Christian vor sie hinter dir hinter dir ist sie ist mir egal einfach ignoren weiter laufen weiter arbeiten genau wir müssen hier was schaffen so wie man sieht zu dritt geht ganz schön was vorwärts ach wir sind zu dritt? das können wir nicht wusste gar nicht dass wir zu dritt sind ja irgendwie kommt zu Hause vor also beschein ich bin ja hier geschafft was? also du kannst gerne mal den Laufweg hier äh nehmen ah jetzt springt er wieder nicht alter ach geh doch mal weg du doofe Kuh kannst doch gleich liegen bleiben ach jetzt wieder da los muss essen und trinken hab ich nur noch alles mit ach gut alles dabei weiter geht's ah ne ist das ein anstrengender Tag da ist mir voll so ne so ein Lounge voll am Baum äh reingelaufen zu geil ach geil ich hab grad nur sieben drauf bekommen hat aber noch ein Lock in der Hand und dann hab ich einen Lock runter genommen vom Wagen und dann konnte ich beide dann draufsetzen äh pass auf da ist schon wieder ne Tussi hier unten halt die innen hab ich weggeboxt lustig ist hab ich auch erstmal gleich wieder sechse dran gefuckt da brauchen wir ja auch noch 25 mhm naja gut das soll jetzt nicht das Problem sein boah das sieht hier aus die übelste Rotung ey ohne Mist Stickies hier haben wir die Stickies noch mit so jetzt probieren wir einfach nochmal die Kassette anzumachen dass hier ein bisschen Schwung reinkommt Schwung ja mit der Musik da geh ich eher einschlafen du 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 aber das ist wieder dunkel ach quatsch wir müssen jetzt mal gucken ob wir das echt von doch gut so ich kann nicht mehr weitermachen ey 88 von 93 die Ausdauer ist komplett im Sack was ist im Sack? die Ausdauer also der zweite blaue Balken der ist schon fast komplett weg du wirst ja bringen wir noch ein paar Stickies mit also ja ich bin voll mit Stickies das ist sehr schön irgendwie spielt das nicht mehr so lange ich mach mal die andere Kassette rein das ist ja noch ein Demotape wir brauchen jetzt noch ein und 20 Stickies wir brauchen jetzt noch ein und 20 Stickies komm mal das ist die letzte Fuge für heute hier steht jemand direkt unten den fahr ich um dann schieb dich das Holz weg du spinnst wo du Vogel da braucht ihr noch Holz um? ja drei stecken dann wir brauchen erstmal Stickies damit äh der Turm fertiggestellt ist dass ich die Brücke ziehen kann wo ist denn der Freak hin? ich hab keine Ahnung oder mehrere Buben so 11 noch oh alter warte mal ich mach die Dinger mal hier einfach an ja und ich muss aber mal ganz kurz fix was assen gehen ich hab auch oh nein was ist denn jetzt? oh ich sterbe jetzt bestimmt ich fall hier komplett runter oh ich bin hinter dir da kann ich dich schratzen ne gut du schaffst hat's überlebt ich muss mich unbedingt mal auf die Bank setzen ich hab gar nichts mehr an Ausdauer ja müsste ich dann auch mal wieder machen was ist denn hier? ah hier sind noch ein paar Stickies da haben wir ja noch ein bisschen ja nimm du da mal ne Fure Stickies mit wie viel kann man mit tragen? ich glaube 8 oder 7 oder 6 oder so ja dann nehm ich auch nochmal voll mit da sind ja richtig viele da müsste es eigentlich auch schon voll sein ich setz mich bloß noch ganz kurz mal hin drei stück brauchen wir noch ok was essen muss ich noch? ja essen auch noch ich setz schon mal die Brücke hier an kommen wir jetzt gleich wieder hoch? ja sind schon auf dem Weg raus ist schon wieder inner in die Falle gelaufen hab ich schon wieder gehört dum 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 ist die Brücke hier überhaupt schon fertig die hier? stehen noch 7 von 24? ja die ist fertig los komm schnell das steht bei mir auch ja was meckerst du denn tu? der wartet doch mal ich bin doch schon auf dem Weg chill doch mal der macht einen Stress immer der Karre nicht rein stellen ja 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 seh nichts sehr gut ja alter guck dir das an 150 was geht alter das ist aber scheiße jetzt wollte ich drüber laufen guck mal das ist scheiße da müssen wir noch eine Plattform zwischen setzen mhm willst du eine Plattform dazu? ja ok das ist das ein bisschen äh oder machst du hier auf dem Baum hier den hier hier auf dem Baum noch so ein Ding ins ne wir müssen eine Plattform da ist auch wieder so viel Holz äh 20 nix ja ja dann haben wir schon wieder Bahn 70 dann können wir ja schon mal hier anfangen drüben liegt noch genug Holz warte mal ich mach das nochmal weg das ist dunkel das ist halt ein bisschen assig Holz zu fahren ne ne ich mach mir einfach meine Axt wieder zu ner Fackel und da ist das da geht das Sven was sagt die Zeit? äh 28 so 21 hätten wir dann hier also äh Loks ja machen wir mal kurz ne Folge weil ich mir schon was habe ja was was lachst du? grad zurück in die Basis klauen da ist grad eine in die Bombe reingelaufen ja volle Leute da wollen wir so oben bei Baumhaus oder? ähm naja ich muss runter kommen zum Essen so ok wie gewohnt wenn ich erstmal hier total verrückt mach mal den einen Garten hier fertig ne ju so viel Seed zum anpflanzen ok ne ich hab auch ok ne Alter wir haben schon ein paar Wege gebaut gell wenn du mir überlegst wie weit du eigentlich über irgendwelche Dinger laufen musst bis du mal ganz unten bist das ist schon hart ich safe gleich mal hier warte mal ach die Tür so einmal Saving die Tür die hat auch schon wieder voll Wackelkontakt du 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 jetzt moderiert mal irgendjemand anderes ja liebe Leute ihr seht dass wir unser Bauprojekt ja ganz schön zunimmt obwohl wir eigentlich schon weit vorangekommen sind mit unserem Turm aber jetzt müssen wir erstmal noch eine Verbindung schaffen dass wir dann auch da hoch kommen aber das werden wir in der nächsten Folge eigentlich weiter projizieren oder produzieren nicht projizieren das war ein dummes Gelaber ähm ja auf jeden Fall es hat uns gefreut dass ihr wieder zugeschaut habt und ja wenn es euch gefallen hat lasst ein Like da oder sonst irgendwas oder schreibt irgendwas in Kommentare wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge euer Ostwind Phoenix Darko und RigdomOfGames Ciao Leute Ciao Bis zum nächsten Mal.